Ey yo meine lieben Fightheads, willkommen zu Crunk MMA and here we go! So Leute, Dana Whites Liebling Conor McGregor könnte nach eigenen Aussagen zufolge angeblich noch dieses Jahr wieder das Oktagon betreten. Nach nur zwei Monaten der Genesung fasst sich McGregor kurz und sagt, ich könnte jetzt sofort antreten. Dana White ergänzt McGregors Aussage mit, Conor McGregor erholt sich ziemlich schnell und gut. Zudem sagt McGregor, es ist so gut wieder auf dem Bein zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt wieder kicken kann. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich dazu wieder bereit bin. Trotzdem muss ich weiterhin auf die Ärzte und die Leute hören, die mich beraten. Das habe ich bisher auch getan. Ich war eine Zeit lang verärgert. Es war wirklich nicht einfach. Ich habe ein paar Höhen und Tiefen in dieser Sache gehabt. Es ist wahrscheinlich eines der wildesten Dinge, die mir in meinem Leben passiert sind. Aber ich habe es bisher durchgestanden und werde es auch weiterhin. Meine Familie, mein enges Team an meiner Seite haben mich in jeder Sache unterstützt. Mich wird auf jeden Fall nichts aufhalten. Okay gut, an erster Stelle frage ich mich, was das für Ärzte sein müssen, die Conor McGregor nach ein paar Monaten Hoffnung machen bzw. ihm das Gefühl geben, dass es jetzt einfach weitergehen kann und mit seinem Training dem das Kämpfen einfach wieder zutrauen. Als zweites frage ich mich, wie bescheuert Dana White eigentlich ist. Jetzt mal ganz ehrlich, dass Dana in Sachen Bezahlung der Fight ein egoistischer Blödmann ist, steht außer Frage. Das weiß die ganze MMA-UFC-Welt. Aber was die Gesundheit der Kämpfer angeht, sollte meiner Meinung nach nicht wie eine läufige Hündin abgehen. Freunde, erinnert euch bitte mal an Chris Whiteman, der die gleiche Verletzung hatte. Oder lass es einen Ticken schlimmer sein. Aber The All-American hat bis heute mit dem Bruch zu kämpfen. Wie kann ein Conor McGregor bitte innerhalb kürzester Zeit was von fit und oder breit erzählen? Gabi wird hier wohl nichts weiter als this is number one bullshit sagen und damit er hätte auch vollkommen recht. Ich schenke Conors Aussagen teilweise glauben und es ist auch schön, dass er sich besser fühlt. Aber nach dem dritten Kampf gegen Dustin Poirier hieß es mehrfach, dass er mindestens zwölf Monate nicht antreten können wird. Ich könnte es verstehen, wenn es heißen würde, dass die zwölf Monate auf zehn oder acht reduziert worden sind. Aber nach zwei Monaten oder drei oder vier kann man nach so einer Verletzung unmöglich in der Lage sein für einen wirklich guten Kämpfer. Er kann sich nach ein paar Monaten so gut fühlen, wie er will. Das ist eine Sache. Allerdings braucht er viele, viele weitere Monate, bis sich sein Bein wieder an gewisse Belastungen gewöhnt hat. Wohlfühlen und Belastungen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sollte er tatsächlich dieses Jahr noch antreten und das auch noch unfairerweise gegen Dustin Poirier, wird er garantiert verlieren. Denn während Conor Award Shows besucht mit einem der Party ähnlichen G-Stock unterwegs ist, Machine Gun Kelly empöbelt, wird Dustin stärker. Das ist sowieso ein Kampf, den ich nicht oder noch nicht sehen will, weil seine Chancen gegen Dustin zu gewinnen unterirdisch sind. Wenn er wieder auf einem Stretcher rausgetragen will, dann bitte, soll er doch. Ich will erstens Conor McGregor zu 100% gesund haben, zweitens ihn erstmal dabei sehen, wie er zum Beispiel einen Tony Ferguson erledigt und Tony ist kämpferisch so unfassbar kreativ, was Conor bisher in seinen Kämpfen noch nie hatte. Drittens Aufbaukämpfe, wie gesagt, zum Beispiel gegen Tony. Seine Prime ist zwar vorbei, aber Conor ist auch. Vom Level her wäre der Kampf also ein sehr gutes Match. Das ist für mich der Kampf, der als erstes, als nächstes gebuckt werden soll. So meine Kämpferherzen, das war es an der Stelle. Ich verabschiede mich. Schaut es nächstes Mal wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.